Besondere Ehrung. Die Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrie- und Handelskammern hat gestern in Frankfurt den hessischen Exportpreis 2013 verliehen. Drei Unternehmen wurden in den Kategorien Service und Beratung international, innovative Exportstrategien und Handwerk grenzenlos erfolgreich ausgezeichnet. Nun, wir wollen mit dem hessischen Exportpreis, den wir zusammen mit den Handwerkskammern und der hessischen Landesregierung vergeben, darauf hinweisen, wie innovativ, wie flexibel und wie stark unsere hessischen Unternehmen sind, insbesondere im Mittelstand, die im Export durch richtungsweisen Produkte und Dienstleistungen international sehr erfolgreich sind. Der hessische Exportpreis wird alle zwei Jahre vergeben. Dieses Jahr hatten sich 60 Unternehmen beworben. Eine achtköpfige Jury aus Wirtschaft, Politik und Medien wählte die drei Gewinne aus.